Ey, das hat mich gerade so aus der Bahn geworfen, man. Ich war so verwirrt. Ich hab's nicht gecheckt. Ich wollte nicht in meinen Kopf rein, dass ich gerade einfach mit einem Cheater rede. Freunde, ich glaube, das Thema Cheater in Escape from Taco ist jetzt nichts gerade was Neues für uns. Das Letzte allerdings, was ich jemals erwartet hätte, ist, dass einer dieser Cheater sich tatsächlich dann mit mir, während ich als Full Gear unterwegs bin, unterhält und mir Tipps gibt und mir in dem Raid hilft. Das war jetzt so das Letzte, was ich erwartet habe. Ich glaube, ihr könnt an meiner Reaktion sehen im Video, dass ich komplett neben der Spur war und einfach null gecheckt habe, was abging. An der Stelle, Freunde, erstmal für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nikola2Twisted, schon in der Samen Startzeit. Wenn euch das Video gefallen sollte, gerne ein Like, Kommentar, ein kostenloses Abo dalassen oder natürlich auch live im Stream vorbeischauen, wenn ihr natürlich nichts verpassen möchtet. Ansonsten, viel Spaß mit dem Video. Hallo, how are you doing, my friend? Oh, I'm friendly. I just ran something. Uh, I have no gun. Uh, so I killed two of the staff. I don't want to hurt anyone. I have nothing. Okay. I mean, if you want, you can just go. This is, this event is gonna be pretty hard on a lot of people. So if you want, you can just leave. Okay, I'll show you I have no gun. Alright, yeah. Um, no, 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 please, please trust me. Okay. Okay, I'm, I'm leaving. Here, here, no, 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 here, here. So, can you teach me, um, how can I open the door and I go to the two, two, zero, oh, two, two, oh, zero, I, I, I cannot open the door, so. So, wait, which door do you mean? Two, oh, two, oh. I am the, I am the fresh, can you know, that, I don't know why the door is locked. For example, this door is, I can open and close, but, but someone doors, for example, the one, zero, seven, I cannot open it. Oh, yeah, the one zero seven, uh, needs like a special key. Here, wait a minute. Here. That's the, that's the key you need for. It's okay. It's okay. No, no, no. It's okay. You are so pleasure. It's okay. It's okay. It's okay. I'm the freshman. I don't, I don't need this. You can take it if you want. I don't mind. I have enough. It's okay. It's okay. It's okay. I can be more stronger. So you can take this. Alright. I can see something. I can touch it. I have advice. So I can see a people is nearby here for, uh, 100 meter. Wait, what? Somebody is on the second floor, but I don't know how to tell you where, where the floor he is, but it's in front of me. Lock my, lock my hand. Okay. And he's, he's that way. Yes. So there, there's a person right in front of me. Yeah. 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 About 100 meter. And it's on the second floor. Uh, it's like a cheater. Okay. All right. Come here. Come here. Come here. Come here. Can you hear it? I can hear his foot on the second floor. I can, I'll take it. I'll take a look. Yeah, sure. I'm gone. Thank you very much. I'm gone. Okay. Bruder, der hat einfach... Wait. Hat der gerade Wallhack an und hat mir gerade gecallt, dass da jemand über Skybridge rüber rennt? Und jetzt chillt da auf einmal wirklich einer? Oder es ist sein Teammate? Hello? Ein Cheater hat mir gerade eine Info gegeben, wo ein Gegner ist und ich wollte ihm sogar noch einen Key schenken, Mann. Was? Ich habe gerade einen freundlichen Hacker in Escape from Tag aufgetroffen. Ich fühle mich dreckig. Ich fühle mich dreckig. Kannst du dir nicht ausdenken, Alter? Kannst du dir nicht ausdenken? Hello? Ich habe Haus gelegt. Ich komme ausdenken. Hello? Hallo? Ich will mich ausdenken. Wie geht's? Bro, er ist tot. Shit, du bist tot. Ah! Eh, eh. How to kill Sanita? Fucker be yous! Hello? But I'm German! Das war ein digitaler Tötungsdelikt. Kann ich auch mal spielen? Hallo? Willst du mit mir spielen? Willst du mein Freund sein? Hallo? Warum wollen die Menschen nie mit mir reden, Alter? Willst du jetzt spielen, mein Freund? Willst du das Spiel von Tarkov spielen? Und ich wusste halt einfach, ey, du musst kurz die Granate failen. Zumindest es so aussehen lassen, als ob die Granate fehlt. Die dann so positioniert, dass er da möglicherweise reinrennt, weil er mich pushen will. Und dann auf geht's. Das war der Plan. Also halten wir fest, Nico nutzt Cheater, die cheaten, um zu cheaten. Was? Ey, das kannst du doch nicht. Ey, keine Ahnung, Mann. Ey, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos, Mann. Keine Ahnung. Vielleicht gibt's ein Silent Head. Ja, wahrscheinlich schwebt er gerade über mir und tötet mich jetzt gleich mit PS-Ammo oder so. Please like and subscribe the video. Ey, das hat mich gerade so aus der Bahn geworfen, Mann. Ich war so verwirrt. Ich hab's nicht gecheckt. Es wollte nicht in meinen Kopf rein. Es wollte wirklich nicht in meinen Kopf rein. Dass ich gerade einfach mit einem Cheater rede. Das hat mich... Kranker Scheiß. Ich hab's nicht gecheckt.